Die Debatte in sozialen Medien ist von großer Polarisierung und Fragmentierung geprägt. Eine ganz wesentliche Rolle dabei spielen die Empfehlungsalgorithmen in der Plattform, die auswählen, welche Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern eingezeigt werden. Dabei werden vor allem diejenigen Inhalte bevorzugt, die besonders reißerisch und spalterisch sind, weil denen viel interagiert wird. Der Grund dafür ist relativ simpel. Diese Empfehlungsalgorithmen verlängern die Verweildauer der Nutzerinnen und Nutzern auf der Plattform, was auf der anderen Seite wiederum die Werbeeinnahme hält. Das Ganze muss so nicht sein. Empfehlungsalgorithmen der Plattform können auch ganz anders ausgerichtet sein und Inhalte bevorzugen, die eine ausreichende Wirkung haben und produktive Auseinandersetzungen fördern. Dafür müssten diese Empfehlungsalgorithmen auch andere Kriterien berücksichtigen, neben der Maximierung von Interaktionen. Und dazu gehört zum Beispiel die Zustimmung unterschiedlicher Gruppen zu Inhalten. Das ganze Themenfeld nennt sich Bridging-Algorithmen. Zu den Potenzialen von Bridging-Algorithmen haben wir eine Web-Publikation veröffentlicht, die eine tiefergehende Analyse dieses Themenfelds leistet. Das Besondere an dieser Web-Publikation ist, dass sie interaktiv gestaltet ist, um das Thema besonders verständlich und greifbar zu machen. Das Schöne an dem Ganzen ist, dass Bridging-Algorithmen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktionieren. Wir zeigen in der Web-Publikation zwei bereits erfolgreich erprobte Beispiele. Das eine ist POLIS. POLIS ist ein Umfragesystem, welches unter anderem von der taiwanesischen Regierung zur Ermittlung eines Meinungsbildes innerhalb der Bevölkerung zu verschiedenen gesellschaftlichen Fragen eingesetzt wird. Und das andere ist kollektive Anmerkung. Kollektive Anmerkung ist ein Inhaltsmoderationsprogramm der Plattform X, Format Twitter. Damit die Potenziale von Bridging-Algorithmen vollends gehoben werden können, braucht es zunächst drei Dinge. Das erste ist, wir brauchen mehr Forschung darüber, in welchen Kontexten Bridging-Algorithmen besonders gut funktionieren. Das zweite ist, dass sich Plattformen diesem Thema auch mehr eröffnen sollen. Und das Schöne an dem Thema Bridging-Algorithmen ist, dass Plattformen ihre Empfehlungs-Algorithmen nicht vollständig neu ausrichten müssen. Sie müssten diese lediglich um Bridging-Kriterien ergänzen. Und tatsächlich hat Facebook selbst bereits erste Experimente mit Bridging-Algorithmen durchgeführt. Und die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Bridging-Algorithmen zu einer Verbesserung der Qualität der Debatten in sozialen Medien beitragen können. Diese Experimente wurden jedoch nicht weiter verfolgt. Deswegen braucht es parallel dazu auch größeren gesellschaftlichen und politischen Druck, auf Plattformen sich diesem Thema zu öffnen. Und falls das nicht greift, braucht es gegebenenfalls Regulierung, um Veränderungen herbeizuführen.